Jetzt kommt es zu einem neuen Video von meines 2018 Ah, ein 6 Ein 6 und ein 2 Ja Jetzt ist es wahrscheinlich im nächsten Runde fertig Ja So Jetzt ist es auch im nächsten Runde Jetzt nicht Wollen wir mal das Und das Dann haben wir Dann haben wir Zeit Äh Das darf halt zu kaufen Ja Ich bin der Fall Ich habe es ja schon Ich bin der Fall Ich bin der Fall Ich bin der Fall Kleiner Ich habe es dann Ja, da ist ja keine Funktion mehr dran. Irgendwann vor dem Qualifying sollten wir unser Strecken-Akklimatisierungsprogramm abschließen. Das wird uns dabei helfen, komplizierte Stellen auf der Strecke ausfindig zu machen. Ja, ich versuch's. Ich weiß eh, ich sehe eine Zeit von... …. …. …. … Ah, hau mir auch hier. Es ist so gut, es ist so gut, es ist so gut. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere beste Runde liegt jetzt bei 1 Minute 39,6 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ich habe jetzt die sechste alle autos sind über die ziellinie und die top 3 stehen nun fest der witzbott ricardo und sebastian die trainings bestseiten stehen fest aber die punkte werden natürlich erst beim rennen vergeben wir sind bald wieder mit noch mehr formel 1 zu auch hier ist fast das Video